ja hallo und herzlich willkommen zurück hier zu kölsberg on tour in need for speed 2016 wir stehen jetzt hier glaube ich vom diner also gehen wir mal rein ein bisschen glitten mein auto ich liebe es und ich hasse es stört mich wenn der motor in den begrenzer geht aber aber ich finde es scharf wenn ich ihn richtig in der kurve hat ja okay ich habe ja okay bis später setz dich mal ja manchmal schnittchen er hat das dürften aus einem grund er kann das wäre schon zwei man braucht eine gewisse eleganz man hält den slide nur mit präzision man gleitet um den scheitelpunkt habe ich recht oder was wie immer also es ist wie mit äpfeln und birnen weißt du unsere robin hier sie hat klasse ganz ruhige hand spike reißt an der handbremse wie ein teenager der aus der fahrschule kommt er fährt ganz okay menu sein alter herr hat halt ordentlich was auf der tasche das ist alles gut wir haben genug gequatscht ich hau ab und seit wann ist das ein problem nun es ist ein problem wenn wir hier labern und nicht draußen sind und fahren mannhof hör zu ich plan da so eine sache noch nichts konkretes aber nach zu viel zen brauchst du vielleicht etwas lautes chaos ich rufe dich an mit dir doch immer baby diese frau aus der zeit voraus dinge passieren wenn sie dabei ist weißt du jedenfalls solltest du dich unbedingt in der ventura base szene versuchen ich rufe dich an bring dich mit der szene zusammen ja gut wenn du meinst aber driften ist jetzt auch nicht so wirklich meins gut nun stehen wir hier wieder rum also guck mal was wir was outlaw wir nennen nennen es cops anlocken aha ok so was machen wir denn mal guck mal was will sie denn hier kommen in die top 2 im contest mit amy nein das war immer noch der drift so was hat spike trifft spike in longhorn was ist das trifft die gang im diner haben wir abgeschlossen was ist das in komma einer zwei minuten verfolgung wir nennen es cops anlocken die kunst ist sie ab abstand zu halten dass sie glauben dass sie dich kriegen und für sie an der nase herum überstehe eine zwei minuten verfolgung lasse ich nicht erwischen ich melde mich äh lass mich kurz überlegen nein gut dann fahren wir doch mal zu spike in longhorn oh acht kilometer ähm eh weißt du was ich fahre äh wie ging das denn nochmal hier mit der karte ach da war die karte rauszoomen ähm 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 millennium bridge ach ne die hab ich schon so so was ist das ah so gut dann gehen wir doch erstmal zur garage und schauen was wir in die kiste noch so rein flanschen können mit dem geld was wir jetzt haben ja sicher will ich die garage betreten sonst wäre ich bestimmt nicht hingefahren man 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 so Leistung Fahrwerk wie sieht es denn da aus Fahrwerk haben wir noch keins was irgendwie frei ist da haben wir immer noch Serie hm ok fangen wir mal vorne an den haben wir den können wir aber bevor ich hier irgendwo anfange Ansaugbrücke Ansaugbrücke Ladenluftkühler haben wir einen besseren Ansaugbrücke Kraftstoffsystem ist noch nicht frei Aufladung wofür öhh ne Elite-Tuner, eine A-Tuner, Elite-Tuner, SC-V-1 Äh Das muss ich nicht verstehen, wieso der Teurere jetzt schlechter ist Ich nehm den Elektrik Können wir auch noch was machen Zündung Ist noch nicht frei Okay Steuergerät Haben wir schon, das nächste ist auch noch nicht frei Motorblock S, S, oh S plus ist frei Okay Nehm ich Wer damit Nocke Braucht die S plus Her damit Zylinderkopf Gibt's noch nicht Auspuffkrümmer Gibt's auch noch nicht Auspuffsystem Jop, jetzt gibt's mal einen Auspuff Kupplung War noch nicht frei Nitro 2,25 2,25 Wo ist denn da jetzt schon wieder der Unterschied Achso Aktionsnitro mit mittlerer Kapazität Zeit Zeitnitro Es wird mit der Zeit automatisch aufgefüllt Aktionsnitro Ja Zeit oder Aktion Hm Gute Frage Nächste Frage Mal gucken wir lieber erstmal noch was wir sonst noch so haben Bevor wir die ganze Kohle rausschmeißen hier Stiff holen wir uns auf jeden Fall noch Pfeifen S S S plus Drift S plus Grip S plus Grip will ich haben So Einstellbare Bremse Hätte ich auch noch gern Handbremse Brauchen wir noch nicht Knappi ist eh noch nicht frei Dann Kommen wir noch den anderen Luftfilter da rein Und gucken mal Bei S Nitro So was haben wir 5100 haben wir noch Äh Dann nehmen wir mal den hier So genug rum Gewurschtelt Ja Optik Optik ist eh Optik haben wir jetzt sowieso kein Geld mehr Hi Manu Wenn dir so was auf die Nerven geht Kenne ich eine Killerstelle zum Heizen Nicht weit weg Komm einfach Wenn du Zeit hast Wir sehen uns Bis später Gut Pro Dann verlassen wir die Garage Und schauen zu Dass wir hier mal noch ein bisschen was gefahren kriegen Mit unserem frisch aufgemotzten Karren Ja 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 Lenkrad Alles wird gut So Wort auf Karte anzeigen So Dann fahren wir da mal hin Oh Wo ist Äh Nitro Oh Super geht schon gut los Wir sind gleich schon wieder verfahren Ja Ja Raum Wo soll ich denn hier Ist das jetzt euer Herz Über die Gleise Ja ne Ist klar Moment Was haben wir da noch Zugfack Ja Super Also diese Minimap ist zwischendurch schon mal mehr als verwirrend Gut da ist noch ein Fotopunkt Au So, fahr wir doch jetzt einfach mal wieder. So, fahr wir doch mal die richtige Seite hoch hier. Oh! Da sinkt der Gang auf einmal her hier. Ja, vor lauter Nitro drücken, wieder das Schalten vergessen, ist ja gut. 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 So, was gibt's denn hier? Irgendwas umsonst. Aussicht ansehen. Ja. Schön. Hallo. Gut. Nichtsdestotrotz. Viel gefahren sind wir jetzt nicht, aber es musste halt mal sein. Die Folge ist schon wieder rum. Mhm. Also, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal hier bei Kölschzwerg on Tour im American... Nein, Quatsch. American Truck Simulator. Ja, soweit kommt's noch. Ist klar. Ne, Quatsch. Also nochmal. Also, bis zum nächsten Mal hier bei Kölschzwerg on Tour in Need for Speed 2016. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.